Ich habe ja Dirk Müller mehrfach interviewt für meinen Kanal Reni will Rendite. Vielen gefielen seine Videos, aber ich habe auch unzählige Kommentare gelesen, die waren in der Art, boah, der Müller, der hat doch keine Ahnung von Aktien, was redet der denn da? Schaut euch doch mal seinen Fonds an. Also, was hat es auf sich mit Dirk Müllers Fonds, dem Dirk Müller Premium Aktien? Während der Corona-Krise war Dirk Müller natürlich der Held. Er hat mit seinem Fonds nichts verloren, er hat sogar gewonnen, während es überall abstürzte. Der Grund, Dirk Müller war komplett abgesichert. Es konnte ihm sozusagen nichts passieren. Doch seit dem Absturz ist es an den Börsen wieder nach oben gegangen. Und jetzt zeigt sich der Nachteil von Dirk Müllers Strategie, denn er hat die Absicherung beibehalten und der Anstieg findet ohne ihn statt. Sein Fonds hat sogar ein bisschen verloren. Also, was ist los bei Dirk Müller und seinem Fonds? Hat Dirk Müller keine Ahnung oder wurde er einfach missverstanden? Diese Frage wurde ihm auch bei einer Online-Veranstaltung gestellt. Ich fand die Antwort ganz interessant. Hört mal rein. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen durch diesen Hurrikan, ich habe ihn angekündigt, ich habe gesagt, der krank kommt. Es kommt genau das auf uns zu, was jetzt auch passiert. Damals war es Verschwörungstheorie, jetzt muss es allgemein müssen. Und durch diese Zeit will ich das, mein Geld und das der Anleger, möglichst sicher durchbringen. Die Rendite ist vollkommen nebensächlich. Es geht darum, dieses Geld hier safe durchzubringen. Das ist Punkt eins. Danach, wenn der Sturm durchgedreht, jetzt geht es einfach nur darum, den Hintern trocken zu haben. Das haben wir geschafft. Wir haben in dem gesamten Eindruck im Februar, März nichts verloren. Im Gegenteil, konnten sogar leicht zulegen, weil die Aktien besser ausgewählt waren als der Gesamtmarkt. Und durch Absicherungen konnten wir das wunderbar kompensieren. Da hatten wir es gefeiert. Wir hatten das gemacht. Das geht doch gar nicht. Das ist gar nicht so schwer. Man muss es nur richtig machen. Und in der Aufwärtsphase waren wir nicht dabei, weil ich diese Aufwärtsphase in der Anfangsphase war. Klar, es ist eine Gegenbewegung. Ich habe ja ganz am Anfang die Charts gezeigt, die auch zu erwarten war. Aber mit extremen Schwankungen. Wir hatten Tagesschwankungen von 5, 6, 8 Prozent hoch und runter. Nochmal, wir haben nichts verloren am Anfang. Und wir haben keine Schwankungen. Unsere Schwankungen waren ein halbes Prozent am Tag. Und unsere Anleger erwarten das auch, dass wir keine 8 Prozent am Tag schwanken. Das heißt, ich kann unmöglich in einer Erholungsphase, wo es jeden Tag mal 8 Prozent hoch, 5 Prozent runter geht, vielleicht über das Wochenende wieder 10 Prozent einbricht, die Absicherung auflösen und sagen, so, jetzt gehen wir mal ins Risiko. Jetzt wollen wir nach oben was mitnehmen. Und am nächsten Tag sage ich, Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Es ging doch wieder runter. Wir haben 15 Prozent verloren. Aber ist ja nicht schlimm. Das geht nicht. Also haben wir diese Aufwärtsbewegungen, solange diese starken Bewegungen waren auch bewusst nicht mitgemacht, blieben abgesichert. Weil wir mussten auch nichts aufholen. Wir hatten ja vorher nichts verloren. Also muss ich auch nichts aufholen. Wir konnten einfach nur das weiterführen, was wir gemacht haben. Nämlich die Luken dicht zu halten, solange der Sturm geht. Jetzt ist die Situation in Euro gerechnet. Jetzt kommt man etwa dahin mit den Märkten, wo wir auch vor der Krise waren. Und das ist nochmal klar. Wenn ich die Performance meines Fonds rechne, gegen die Vergleichsindizes, die ganz offiziellen Vergleichsindizes, also Euro wohlgemerkt gerechnet, dann sind wir noch heute massiv besser als der Vergleichsindex und andere seit Crashbeginn, seit Jahresanfang und seit drei Jahren. Also wir haben alles geschlagen. Bis auf die Gesamtperformance, da hinten noch ganz leicht hinterher, eine Geschichte von 2016. Aber das heißt, wir müssen uns hier überhaupt nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Wir haben das getan, was wir besprochen haben, das Geld unserer Anleger sicher durch diesen Sturm zu bringen. Und das habe ich vorher auch noch die nächsten Monate zu tun. Das bedeutet aber auch, dass wir, die Schwankungen werden weniger. Wenn es jetzt weiter nach oben geht, auch nach oben versuchen, uns langsam in den Markt reinzuschaufeln, um nach oben auch, falls es zur Inflationierung kommt, nicht mit dem nackten Hintern im Wind zu stehen, sondern eben dann auch nach oben diese Inflation mitzunehmen bzw. auszugleichen. Aber der Kapitalerhalt geht allemal vor. Wer das nicht will, der findet 100 Fonds, 1000 Fonds, die das anders machen, die volles Risiko gehen. Die gehen hoch und runter und klasse. Die werden in einem Moment, werden bestimmtsweise viel Geld verlieren, im nächsten gefeiert, weil, oh, die sind ja doch toll gestiegen. Wir haben eine ganz klare Strategie von Anfang an. Den Anlegern versprochen, ihr Geld sicher hier durchzubringen, so weit das möglich ist. Und dieses Versprechen konnten wir bisher einhalten. Das werden wir weiter einhalten. Und wer das möchte, wer einen Panzer haben möchte, der kauft einen Panzer und beschwert sich hinterher nicht, dass dieser Panzer nicht das Formel 1-Rennen gewonnen hat. Es gibt unterschiedliche Fahrzeuge für unterschiedliche Zwecke. Und das Ding hier ist jetzt Sicherheit und nicht Formel 1-Rennen. Und entsprechend muss man auch Sicherheit mit Sicherheit vergleichen. Das ist natürlich mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Kapitale Halt statt Performance. Damit wird der Fonds zu einer Alternative für Leute, die eine Art Kontoersatz suchen oder sowas, weil sie Strafzinsen oder einen Zusammenbruch des Bankensystems fürchten. Aber ist der Fonds damit etwas für den kleinen Privatanleger, der ein paar tausend Euro anlegen will? Dirk Müller hat auch nicht vor, in nächster Zeit seine Strategie zu ändern. Er rechnet damit, dass es nochmal abwärts geht. Auf der Veranstaltung wählte er dafür das Bild eines Hurricanes. Den ersten Sturm haben wir hinter uns. Das war im März, als es so stark bergab ging. Jetzt sind wir sozusagen im Auge des Sturms. Es ist ruhig. Aber die nächste Sturmfront liegt vor uns. Aber hört selbst. Ich sage derweil schon mal, alles Gute. Dass das Orte am Heil geht in der Situation, wer das von sich behauptet, der gesagt hat, das passiert jetzt, glaube ich nicht dran. Aber da hat keiner ernsthaft mit gerechnet. Aber da muss man eben sagen, die Börse lehrt Demut. Das passiert meistens, was du gerade nicht erwartet. Nun denn, jetzt haben wir diesen Extremhype gehabt. Und jetzt ging es wieder 10% nach unten. Ich hatte das vorhin so ein bisschen mit dem Auge des Hurricanes und den Hurrikan-Bewegungen gesprochen. Also das kann man hier sehr gut sehen. Die erste Welle vom Hurrikan, da kam erst mal, war der angekündigt in den Medien oder beziehungsweise auf den Wetterradars zu sehen. Hat nur keinen Schwein interessiert. Dann ist er über das Land gefegt. Die Wellen schlugen hoch. Entsprechend haben die Börsen reagiert. Auge des Hurricanes hatten wir jetzt. Und jetzt ist er die zweite Sturmfront. Und wenn das kommt, was ich erwarte, wird es nochmal heftig. Aber wie gesagt, auch das. Keine Sicherheit.